Ich weiß nicht, mitunter nicht Rechtswillen. Deutsch! Deutsch! Ich scheiße auf Deutsch. Weiß ich nicht, was wir jetzt machen. Eines finde ich besonders nett, wenn links jetzt die Diktatoren sind. Und das ist natürlich nicht gut. Deutsch! Deutsch! Ich habe damals Probleme gehabt damit. Und das steht auch auf Ausländer, auch auf unbrave Ausländer natürlich. So soll es auch sein. Wiemenschein. Wie ist es noch? Ja. Vielen Dank.